Killerwolf gefasst. In Indien soll ein Rudelwölfe neun Menschen getötet haben, darunter acht Kinder. Um jeden Preis sollen die Tiere jetzt eingefangen werden, heißt es von den Behörden. Mehr als 150 Polizisten fahnden nach den Wölfen. Auch Drohnen und Wärmebildkameras sind im Einsatz. Die tödlichen Angriffe sollen sich über einen Zeitraum von zwei Monaten erstrecken. Erst vor wenigen Tagen soll wieder ein Kind angegriffen worden sein. Die Mutter konnte es in letzter Sekunde retten. Inzwischen wurden bereits mehrere Wölfe gefangen, alle aber noch nicht. Wolfsangriffe auf Menschen sind normalerweise sehr selten. Extremsituationen wie diese hier zum Glück die Ausnahme.